in Ordnung aber warum sieht die Lava jetzt aus wie Default? das sieht doch nicht das sind Facts Fragen ja komm mach die Lava weg mach einfach mal mit Antworten, ja wer geht jetzt wieder raus hier echt jetzt schon ich hab nichts großartiges mehr ich hab echt nichts das ist eigentlich nichts Hals soll die Lava mal bitte weggehen? Das schrieb überhaupt eine Idee habe ich kann da mal wasser die Lava holen ja, ich habe 2 Eimer nnnn der könnte das Welt schon mal nach oben versetzen nnnn Können sie knacken. Tja. Jetzt sind wir da in die Höhle, wo ich ja vorhin gefolgt habe. Wieder erstmal ausnehmen. Kucken, kucken. Oh, wir packen. Geh weh. Wacken, 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 wacken. Oh Gott, ich habe fast das Ding untergesprungen. Ich habe voll Durst, da wäre nichts zum Trinken. Lauf, lauf. Da ist noch ein Spawner. Und vor allem nochmal... Oh Gott, Goldrüstung, unverzauberten Bogen. Weck mich im Arsch. Wie hat er denn Goldrüstung, unverzauberten Bogen? Tja. Da würde ich sagen... War scheiße. Wie bitte? Da würde ich sagen... Das ist ja mein mega fett... Items, ich komme. Oh Gott. Aus dem Creeper ist ein Charge Creeper geworden. Weil da gerade ein Blitz drauf getroffen ist. Oh lol. Und die One-Hitten nicht, glaube ich, wenn du keine Reste erwähnst. Normale Creeper One-Hitten dich auch. Oh, da machen sie doch nicht mehr Schaden. Ich habe noch zwei Leben. Ich will erstmal schön zu meiner Sache rennen. Ich hoffe, dass ich nicht vom Blitz getroffen werde. Oh ja, weißt du schon was aus Tommels passiert, wenn die von ähm... Ähm... Was aus Pig-Mans passiert... Aus Pig... Weißt du was aus Schweinen passiert, wenn die vom Blitz getroffen werden? Pig-Mans oder was? Ja. Echt? Ja, richtig nice. Ich habe einen Golden for a new... Ich habe einen Golden for a new... Oh Gott, ich bin schon wieder tot. Unstaffed. Passt. 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 Verpiss dich, Zombie. Verpiss dich, Zombie. Verpiss dich, Zombie. Verpiss dich, Zombie. Oh, ich habe alle Werte und ich regeneriere mich nicht mehr. Was? Zombie gleich, geh her. Ich habe noch ein paar Mops gekämpft. Riesiges Tennis. Leck... MICH! NEIN! Ha-ha. Nein! Ist das Schluss heute noch, oder? Ne. Ja, meinst du... Kriegst du denn jetzt Sachen, bitte? Ich hoffe. Ich bin an den Cheaten, die in der Laptop-Season. Oh Gott, Creeper, Creeper, Creeper! Joli? Hm? Du darfst noch was reparieren. Was denn? Deine schön geteraformte Ebene. Hm, das ist nicht schlimm. War eh scheiße. Oh. Oh. Alter, sind da... Ich habe Hohl geterrat. Glück mir nicht. Mich aber, weil ich es sonst nicht mache eigentlich. Alter, wie viel Eisen. Ah, lauf, 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 lauf. Oh, jetzt muss ich mein zweites Bildchen wieder anmachen, um zu sehen, was Jonas geschrieben hat. Oh, das ist der Herr. Heiko hat mir geschrieben. Warum denn? Hey, wie lange machen wir heute? Weil Heiko hat gefragt, wie lange wir noch aufnehmen. Wie lange geht das? Äh, jetzt ist viertel Elfe. Dann würde ich sagen, machen wir noch so bis Elfe, oder? Ja. Oder Heiko, je nachdem, wie lange wir eben willst. Wir können ja bis Einsen machen, oder so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir so lange aushalte. Ach, jetzt komm, stell den jetzt an. Du weißt jetzt, ich hab's auch schnell glauben, wie der Leere. Ich weiß. Jetzt muss ich wissen, ob man mit, ob man mit Zombiefleisch, ähm... Ob man Sachen liegen noch da. Jetzt aber... Ach du Kacke. Das gehört, wenn man ein Schwert und das Übel ist abgegangen damit. Ich muss jetzt wissen, ob man mit Zombiefleisch Leder machen kann. Ne, kann man nicht. Nicht? Nein. Nein. Bei dem sind ein paar Sachen, die spawnen. Ne, ich weiß nicht, was. Wofür, dann nehme ich's nicht mit. Ja, und ich bin auf dir gesagt. Ich muss jetzt den Spawner abbauen, also... Danke hier, nochmal. Nein! Oh Mann! Leck mich auf den ersten Slot! Leck mich doch am Arsch! Mann! Oh Gott! Was ist? Ich hab eine... Ein Schachsystem. Sehr schön. Nein! Mach mal gleich korrekt, Zombie! Lauf, 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 lauf! Meine Fresse, ey! Warum immer ich? Tja... Weil ich sicher spiel. Das ist auch nicht, weil ich verdient. Ja, gut. Ich bin aber auch nicht kurz so wirklich arg sicher. Lass mal, dass du ja nicht loskommst, nicht? Ich hab gedacht, da steht ja auch ne Hose... Achso, ne, wahrscheinlich. Da ist ne Kiste. Wow. Cool, der Nutzung. Ist ja krass. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. Ich nehme jetzt meine Sachen. Renn raus. Und renn um mein Leben, wie noch mal was. Mhm. Dann werde ich mich voll regenerieren. Und werde dann da wieder rein stürmen. Und ein bescheidiges Spawner abbauen. Das ist ein verkackter Skelett-Spawner. Die bringen zwar die meisten XP, glaube ich. Aber trotzdem. Nein, ich muss keine XP-Seinbrüche. Ach, scheiße. Von wo kam ich denn? Ha, von hier. Hm. Ja, von hier kam ich. So. Oh. Verzauberungsbücher. Feieraspekt. YouTubers. Um, ich hab' keine Hilfe mehr. Wo, ich hab' keine Hilfe mehr. Nur, das war das eins, kann ich teilen. In diesem Fall? Ich hab' keine Hilfe mehr, und das ist mir los. Wenn ich mir nehm' nicht will. Es geht mir jetzt noch nicht.